Hallo, bis heute ist Maurice Wins, einer der Vizepräsidenten von Alsace-Natur, der an unsere Frage und freche Freude antwortet wird gehen. Aber zuerst wird das Wasser im Müll verlaufen. Wir nehmen uns nämlich zu Fotografen mit den Stunden lang um den Teller oder um den Tisch verbringen und das schönste Bild von einem Knöckwürstel, einem Stegelkäse oder einer Patisserie zu machen. Los geht's! Zuerst wird alles eingepockt platziert, um genau zu wissen, wie alles am Schinsten sitzt. Eine ganz genau die Vorbereitung von der Fotograf Marcel Eracht und seinen zwei Stilisten, Salome White, haben sie drei Stunden benutzt, um ein einzelnes Foto abzuknipsen. Wenn ich das Foto zeige, muss ich dann in den Pissen, und dann ist das Foto. Und da hat es viel Spaß. Ja, aber es gibt auch Erbe. Es gibt auch Erbe, Champignons. Es gibt auch eine Komposition. Man muss sicher, dass das Foto ein schöner Äquilibre hat. Dass die Foto principal in der Mitte ist und dass man dann schön eins noch am anderen leidt, bis das genau stimmt. Blöds von der Voie auf dem Bild, Licht oder Formen von Produkten. Von Marcel Eracht, Fotograf hinter mehr als 30 Jahren, muss alles pico-pilo sein. Sogar das Geschirr wird auch sorgfältig, bis es passiert. Wir sind in der Caverne d'Alibaba, Marcel. Ich denke, das ist die Akkumulation des Stilismus seit Jahren. Dann riecht es um den Küchen, um den Voie so schön wie Meilisch zu kochen. Der Blutwurst muss nicht verplatzen. Das Blätterdeck muss schön mit Eigelbstrich sein. Dann gewinnt man, wie es dick ist. Dann haben wir es zu fett. Wenn Celle da ziemlich einen vorweist, muss Sylvain von manchen Bildern manchmal auch ein bisschen schiessen. Im Foto müssen wir auch manchmal zum Beispiel falsche Glas machen. Dann fotografieren kann man kein Glas. Das vergeht so schnell. In zehn Sekunden ist alles vergangen. Dann müssen wir manchmal falsche Glas machen. Und das ist dann gemacht mit Marzipan und so Dings. Mit Butter und melanchiert. Es muss nicht unbedingt gut sein. Aber schön, leider. Aber wenn man alle beide kann haben, gut und schön, das ist dann das Beste. Das ist eine gute Idee, oder? Dann rönt man den Nouveau ein bisschen. Dann rönt man ein bisschen. Dann rönt man ein bisschen. Dann rönt man den Vär. Dann rönt man noch ein Millimeter. Dann rönt man den Jambon. Noch ein bisschen El um den Wärstlich glänzen zu machen. Und endlich ist es so weit geworden. Der Dich von den Fechtern war gedeckt. Ein Foto, das in Poirot in der Revue sich befindet und der Kehr auf den Internet wird machen. Foto von den Müttern, den Patissier oder sogar die Wienbüren immer mehr. Dann rönt man den Foto, die zu Berufsfotografen gehen, um sich zu demarkieren. Heute, wo alles so schnell geht und wo so viele Fotos für die Gastronomie auf dem sozialen Netz rumzirkulieren, ist es wichtig, das schönste Bild zu machen. Was meinst du, die Tourte? Wir haben die Klairsie auch noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber der Feuillage könnte ein bisschen viel colorier sein. Ja. Man kann ein bisschen Licht machen. Noch her. So, voilà. Das ist ein Bild, wie du gar nichts drohst. Das kommt so raus vom Apparat. Da müssen wir jetzt ein bisschen, ob es mir ab und glücklich aussieht. Das Ziel ist hier alles zu machen, damit unser Auto direkt auch vom Foto hängen bleibt. Wir müssen ein Bild haben, wie zum Beispiel nur zwei oder drei Farben hat, dass man es schnell lesen kann. Und dass man ein Indies hat, wie uns ein bisschen halten macht und rein ins Bild bringen kann. Heute machen wir Bilder, wie so etwas oder so. Da sind wir nochmal schwarz, blöd und orange. Zwei Informationen am Anfang. Und dann geht man rein. Das auch. Da freut man sich, was ist denn das? Ist das Kulinaire? Ist das anders? Dann halten wir drauf. Die Foto ist eine ganze Kunst, die sich sicher noch entwickeln geht. Vielleicht werden auch die nächste Stelle, die noch abgemalt wäre, nie mehr auf derselbe Art anliegen. Und wenn man so kratzt, schmöcke, sogar manche Foto, das schmöcke, noch ziemlich. Platz jetzt an unserer Frache oder Fräsch mit dem Maurice Wins. Ich bin Maurice Wins, ich komme aus dem Courage Paris, ich wohne in der Erlinge zurzeit. Und ich bin einer der Vorsitzenden von Alsace Natur. Fräsch oder Frach? Frach. Wie ein Frachtdocks. Mit allem, wie die Natur nicht schützen will. Oh Jesus! Green oder Bleu? Green natürlich. Stadt oder Land? Beides. Ich arbeite in der Stadt, ich wohne auf dem Land. Alsace oder Grand Est? In der Alsace. Rechts oder links? Gischt oder Hut, wie man gesagt hat, bei den Bäuerer früher. Also Gischt, links. Für oder der Gähe der GCU? Natürlich der Gähe. Ich habe lange nicht in diesem Mund gekämpft. Diesel oder Benzin? Velo. Was hast du am liebsten? Meine Rue. Jutti! Was hast du am liebsten in Alsace? Ich glaube, was mir am besten gefällt, ist, dass wir zwischen Vogese und Schwarzwald wohnen. Also in einem Land, wie man sieht, wie es anfährt und wie es anfängt. Was geht dir oft zu schick? Wenn die Leute sich selbst nicht beachten, wenn sie auch die Natur nicht beachten. Was ist dein Lieblingssprichwort? Hänge deine Pflüge und eine Starne. Und voilà, das wär's wieder. Von heute wollen wir an den Tisch gehen. Guten Appetit. Heute machen wir es gut. Gleich kommen die Nachrichten.